Ich fand es trotzdem gut, also wir sind Kreisliga, wir spielen seit zwei Monaten zusammen, sind frisch auf Elferfeld und trotzdem Top-Leistung, läuferisch. Die erste Halbzeit war gut, zum Ende hin ging die Puste aus. Ja, das hat mich selber überrascht, habe ich auch gesagt am Ende. Am meisten begeistert hat mich die Spielfreude über 90 Minuten, also nicht einen Gang zurückzuschalten, sondern einfach immer heiß zu sein aufs nächste Tor. Das spricht einfach für das Team und für die Einstellung und wir haben einfach Ziele dieses Jahr und vorletztes Jahr waren wir im Halbfinale, letztes Jahr im Finale und dieses Jahr wollen wir versuchen dann auch nochmal einen draufzusetzen. Ob es dann klappt, wird man sehen. Klar, also alle waren von diesen Spielen natürlich super nervös, jetzt haben wir es hinter uns, am Wochenende sind wir spielfrei, werden die bestimmt, die ein oder andere werden da sicherlich feiern gehen oder was auch immer und nächste Woche Dienstag, dann treffen wir uns hier wieder zum Training.